Aus dem Uferfilm Panzerketten rasseln durch den Böhmerwald hören Sie jetzt das heitere Stück Ein Lied geht um die Welt von Josef Schmidt. Gewünscht hat sich das Ellie Tausebiel aus Neustadt für ihren Egon, der heute 85 Jahre alt geworden wäre. Hallo, Zahlen bitte. Ich würde gerne bezahlen. Moment, Moment, komm hervorragend. Ja. Ähm, 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 hallo? Äh, hallo? Äh, ich wollte bezahlen. Äh, äh, bezahlen? Ich hab's ein bisschen eilig. Bezahlen? Hallo? Hier? Was war das? Ähm, ich hatte einmal Hochzeitsuppe, das deutsche Biefstück und zwei kleine Pilze. Biefstück hätte ich noch Hochzeitsuppe und zwei kleine Pilze. Moment. Zwei kleine Pilze, Biefstück, äh... 12,80 Euro. Ja, ja, 12,80 Euro. Dafür kann ich das nicht mal einkaufen. Haben wir ja schon längst ruiniert, ne? Ja, aber pass auf, auf der Karte hier steht das doch zu dem Preis, ne? Hier bei Ihnen. Das sag ich mal ganz ehrlich. Ja. Ich hab Polen in der Küche. Ja, äh, und? Das steht mir nicht bis hier. Sondern bis hier. Ja, das kann ich verstehen, das mag ja alles sehr wohl auch sein, aber deshalb muss ich hier ja wohl noch nicht längst 500 Mark bezahlen, oder? Heute so, morgen so. So geht das. Ja. Den ganzen Tag. Ja, äh, klar, das verstehe ich. Aber nochmal jetzt, ähm, wie viel muss ich denn jetzt bezahlen? Ja, 1000 Mark hatte ich doch vorhin. Ausgerechnet. Ja, hören Sie mal, das wird jetzt noch immer schöner. Für eine Tasse Spüli mit Dosen-Spargel, ein verkohltes Schlag-Micht-Tot. Was war das denn? Ein deutsches Briefstück. Ach so. 2000 Mark. Was? Pass mal auf, wenn das so geht, dann zahle ich ja jetzt gar nichts mehr. Hm? Was denken Sie dazu? Hä? Aus, vorbei, dann nicht. Ich hab's versucht. Tschüss. Mama? So nicht. Hier ist wieder einer. Mama? Hab jetzt keine Zeit zum Schlachten. Der von gestern ist auch erst halb durch ein Wolf. Ach, ich hab Glück gehabt. Gut, dann 12,80 in die Suppe und zwei Bier, 26 Mark. Ähm, 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 pass auf, ähm, 4.000 Mark für Sie. Okay, okay, der Rest, äh, das stimmt so, ja? Nichts für ungut, ne? Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn ich die Stimmung bin, nur wenn ich die Stimmung bin.